Was ist Matzi? Ich nicht Matzi ist das Krümmelmonster Ja genau Ich weiß jetzt hab ich's verraten Ja scheiße Ich bin ja eigentlich der Creeper aber egal Oh ne Matzi ist ein Versicherungstyp Ja echt ey Voll doof ey So mach ich das jetzt so Ach der war der Kronk Ne Matzi Ja genau Der Bärtige Kronk auch noch Der Wert Nein warte was hab ich jetzt gesagt Der Bärtige Kronk Achso ja bin ich ja gar nicht Hallo Ja aber ich mein wie er das dann immer gesagt hat Mit der Tür vorstehen Achso ja genau Versicherungsbetreter Immer dieser Versicherungsbetreter Geht noch weiter nach unten So mein Häuschen ist fertig Tudut Matzi fertig Projekt ist aus für ihn Ja genau Projekt ist aus für ihn Tut mir leid Vielen Dank fürs Zuschauen So Wollen wir zwischendurch was trinken hier Ist ja auch ganz wichtig Ja will ich jetzt auch Aber ich hab Angst dass ich sterbe Ich pack noch ein paar Setzlinge hin Ich hab nämlich noch ein paar Akazienbäume hier Also wenn ich diese Ader von Kohle abgefahren hab Was jetzt der Fall ist Hier kurz einporn Licht anmachen Und was kurzes trinken Größechen Größechen Lecker Sehr gut Nein Todesprodukt 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 Kohle Breskade Alkohol Nein Alkohol ist komplett gesund, also, es gibt nichts gesünderes als Alkohol, ey. Ah, genau. Wenn's doch nur so wär, ne, Matzi? Äh, nee. Oh, Matzi-Alkoholiker? Nee, nee, hallo? Anti-Alkoholiker eben. Genau, so. Ist das hier ein, das sieht fast so aus wie so ein, na egal, Da Vinci Code hier bei mir auf dem Dach. Wollt ihr da sagen, äh, denkst du schon wieder am Penis oder was? Nein, ich hab ein Da Vinci Code bei mir. Code. Ich glaube auch noch Code, ich weiß nicht, was hier rumliegen, ey. Code, ein Code. Ja, bei euch Norddeutsch weiß man auch nie, wie er es meint. Ja, genau. Je, Matzi's cool. Solange er schläft, ist alles cool. So. La, 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 la. Da, da, da. Matzi, welches Soundtrack ist das? Hä? Welches Soundtrack war das? Ich würde sagen, Star Wars, oder? Ach, du bist ja nicht idiot, das ist, äh, Indiana Jones. Echt? Ich kenne mich voll aus, nicht. So, warte mal, ich werde jetzt mal ein kurzer paar Sachen wegpacken, dann komme ich mal diese sogenannten Höhle, die da gefunden habe. Ja, aber gute Frage, wie geht jetzt noch mal Star Wars? Na? Ich bin auch schon auf den Star Wars Film 7. Ja, also der Trailer sah richtig, muach, aus. Muss ich, muss ich, muss ich zwar auch sagen, ich bin zwar kein Star Wars-Gucker, was? Ja. Hat sie dafür gehörst du geschlagen? Ich weiß, aber ich weiß, aber ich musste mir damals so ein Film mit meinem Schwager angucken, weil er ist ja Star Wars-Fan, und dann hat er mich mit meiner Schwester reingezogen in den Film. Und ich habe gesagt, hmm, ja, voll toll, der Film. Das war, glaube ich, Star Wars, ich glaube, die sechste Episode oder so war das, keine Ahnung, was da gerade neu im Kino war. Ja, das war halt der dritte Teil, ne? Hm. Weil, bei Star Wars haben sie es ja sowieso ein bisschen komisch gedreht und alles. Oh ja, oh ja. So, ich habe keine Rüstung. Cool, wir machen jetzt erstmal den vierten, danach machen wir den fünften, dann den sechsten, dann den ersten, dann den zweiten, dann den dritten. Genau. Total scheiße, aber egal. Wo geht es noch runter? Gar nicht aufgefallen, nein, ist nicht aufgefallen, nein, die werden es schon nicht. Nein, ich habe nichts gemerkt. So, ich gehe runter. Martin, wie kann man Star Wars nicht mögen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt, oh, wir haben hier eine Mine. Ich habe doch gesagt, da ist eine Mine. Wo bist du? Ich bin in dieser Mine. Ach, was du nicht sagst. Ah, ich sehe die. Ja. Pass auf, an jeder Ecke sind wir uns da. Ist nicht wahr. Äh, wackel. Ich habe Angst. Hallo? Ja, warte. Nein! Bitte kein Spinnenspawner wieder. Bitte nicht. Erstmal Licht. Zack, zack. Oh, ich dachte, hier wäre schon ganz Spinnenspawner, aber... Das ist ein Leiterz. Lass mich mal das Eisen abbauen, ich habe nämlich noch gar keinen Eisen. Ich nehme mal das Yellow-Reit mit. Mit deinem Yellow-Reit, ey. Ähm, das ist das geilste Rohstoff, den es gibt. Ja, damit du dir ein Reakt geboren kannst, den Scheiß. Ja, genau. So ein Scheiß, ey. Ich gehe dann aber gleich wieder nach oben, weil mein Inventar gleich... Entschuldigung, voll ist? Äh. Ich finde es auch cool, dass sie jetzt von Thermal Expansion und Thermal Foundation und bla bla bla... ...wie dies halt alles zusammenhängt. Okay, 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 und was habe ich denn jetzt schon wieder? Wir haben da neue, äh, also Maschinen-Upgrades haben die ja hinzugefügt, jetzt da neue, ne? Ah. Da ist ein... Da ist ein Brennendes... Brennendes Skelett. Ähm, Matzi, lauf weg. Ja, ich habe schon gefiltert. Ich habe doch ein DIA-Schwert. Natürlich hat er DIA-Schwert, Alter, was soll denn da scheiß? Das denn, wenn du das hier siehst, du bist gemein. Hier ist ein... Hier ist ein Buchsbaum. Buchsbaum. Ich habe wieder Yellow White gefunden. Das war sogar. Eisen. Und ich habe, ich habe, ich habe eine Kiste. Und da waren ganz schön viele Sachen dran. Ach nee. Doch. Ich brauche Zeit. Ich muss das mit Eisen abbauen. Ich habe das nicht. Aua, 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 Aua. Hac, lauf weg. Nein. Alter. Machen so viel Damage, ne? Nee, ich bin gerade in so einen Buschbaum gefallen. Oh. Das ist nicht so schlimm gewesen. Alter, hat mich das gerade erschrocken. Oh, nein. Nein, nein. Ich bin tot. Was war das denn? Was war das denn? Wo bist denn du gestorben? Alter. Da kam der einfach an, um die Ecke. Ich bin auf so einer... Sind man Sachen jetzt in dem Grab drin? Ja. Okay. Dann werde ich mich jetzt wiederbeleben. Und dann werde ich eben schlafen. Kannst du nachts schlafen? Ich schlafe doch nachts. Ach so, das sind Monster in der Nähe. Du schläfst also nackt, schön zu wissen. Das ist Monster in der Nähe. Und es ist arg dunkel. Ich würde den Weg eh nicht finden. Ich kann nicht schlafen, weil das sind Monster in der Nähe. Ich kann jetzt schlafen, komischerweise. Ich muss mir jetzt echt ein Steinschwert nochmal machen, ey. So eine Scheiße, ey. Ich weiß auch gar nicht, wo ich langgelaufen bin. Matze, du siehst doch auf der Map die Koordinaten. Ja. Und am Todespunkt. Tschüss. Ja, was ist? Auf der Map sehe ich die Toco, hä? Okay. Bist du auch auf der Map sicher so geil? So einen roten Ding sehe ich, ja? Ja, genau. Und da läufst du einfach hin. Ja. Ist klar. Oder soll ich mit, weil du Angst hast? Nö, ich mach das schon alleine. Da steht einfach Creeper, ey. Was soll denn? Verpiss ich, verpiss ich. Geh nicht hoch, geh nicht hoch. Es leckt. Ach. Geschafft. What the fuck? What the fuck? Achso. Ja, ihr hört die Soundpacks gerade nicht. Achso, nee. Wir sind ja da runtergegangen, weil er hat ja... So. So, Musik und Sound sind ein bisschen leiser noch. Dann bin ich ja hier langgegangen. Dann sind hier die Dias. Dann habe ich ja... Oh, den TNT, den habe ich nicht gesehen. Und wo bin ich dann hier... Deine Mann, TNT. Nee, wo bin ich denn jetzt langgelaufen, sag mal. Oh nein. Da geht ja eigentlich, wo bist du nicht langgelaufen. Oh oh. Ich bin Monsterjäger. Oh. Ich hab mein... Wo ist der hin? Der Arschloch. Das Arschloch. Da ist er. Oder noch das Arschloch. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn gequält, äh, getötet. Du hast ihn gequält, gut zu wissen. Ja, musste sein. Okay, Controller... Hier ist Gold. Oha. Oh. Und wo? Braucht er wirklich Stil? Muss ich da wirklich Stil nehmen? Kann ich da nicht... Eisen? Wie? Ist mein Grabe weg? Ist dein was weg? Mein Grab? Ja, dein Grab... Ja, dein Grab müsste immer noch da sein. Wieso? Weil ich gerade da da bin... Und mein Grab ist da, ist da nicht mehr. Warte, ich komme mal. Ach, du meinst, ich bin in der falschen Reihe. A new place. Ja, das war ja auch hier. Genau. Ich hab die Reihe gefunden. Oh, ich hab jetzt auch kein... Alter, hier muss mal ein bisschen ausgeleuchtet werden. Ich seh gar nichts hier. Ja. Ja. Hier sind nämlich überall Monster. Boah, ich bin gleich tot. Lüft, würde ich sagen. Oh, oh. Weck. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Scheiße! Der Tag war mir. Oh nein, oh nein, oh nein. Stepp, 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 stepp. Ich steppe auch gleich, wenn ich weiter so mache. Hey, was ist denn das? Was wird denn das gemacht? Das ist bei der Untrie. Alter, Mann, jetzt geht doch mal. Ah, Alter. Oh. Block of Emerald. Oh. Das ist anscheinend ein neuer... Oh nein, oh nein, nicht schon wieder so ein Feierding. Nein, 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 ich hab da, ich hab da Wasser, es geht, es geht wieder weg. Ich bin gleich tot, ich bin gleich wieder tot. Jetzt bin ich schon wieder da. Ich bin jetzt, Mann. Ich hab ein halbes Herz. Hau dich ein. Wie? Schau mal kurz hier nach. Aha, man hat's ja zu gar nicht dein Ho, Respekt. Hat ein bisschen Glas. Hat anscheinend gerade wiederkunden Orgasmus. Entschuldigung, aber ich weiß gerade echt nicht. Ach, nö, ich wollte alle hören, was ich jetzt wollte. Nein, das will keiner hören eigentlich. Ich muss gerade weg, ey. Alter, ich krieg gleich hier echt, äh... Zustände. Zustände. Warte, ich mein, du hast musst. Nein. Nein.